Der Dollar bekommt ein Riesenproblem, Putin koppelt den Rubel an Rohstoffe, damit wird der Rubel richtig hart und stark. Das haben viele nach einigen meiner Videos zuletzt gesagt. Und jetzt entsteht paradoxerweise eine Situation, dass gerade die Stärke des Rubels für Putin ein Riesenproblem ist, Problem wird. Denn es droht etwas, was man als holländische Krankheit kennt. Ein Phänomen, das in den 1960er Jahren in den Niederlanden aufgetreten ist. Damals hat man Gasvorkommen entdeckt, hat sehr viel Investition und Geld in diese Förderung dieses Rohstoffes gesteckt. Damit sind andere Sektoren verhungert in den Niederlanden zwischenzeitlich. Und so entsteht dieser Name. Warum das aber für Putin jetzt ein echtes Problem ist, nämlich die Stärke der russischen Währung. Und warum deshalb die russische Zentralbank überraschenderweise für viele plötzlich heute Nacht in einer fast schon Nacht-und-Nebel-Aktion den Leitzins gesenkt hat. Hat wirklich keiner mit gerechnet. Obwohl man gestern gesagt hat, seitens der Zentralbank schon, dass man die Volatilität des Rubel ein bisschen einschränken will. Und warum diese ganze Rubelstärke ein richtiges Problem für die Russen wird und sein kann. Und der Westen eigentlich schlau wäre, wenn er den Rubel in den Himmel schicken würde. Wenn er Russland schaden will, das will ich in diesem Video zeigen. Hier zunächst mal sehen wir überraschender Schritt. Auf 17% die Zinsen runtergenommen von 20%. Diese 20% wurde ja durch die russische Zentralbank gemacht, weil diese westlichen Sanktionen dann sozusagen in Erwartung der russischen Zentralbank die russische Wirtschaft schwächen. Also hat man schnell den Zins angehoben, um auch eine Kapitalflucht aus dem Rubel zu verhindern. Hat nicht viel geholfen. Der Rubel ist erstmal gecrasht, hat sich aber, wie wir alle wissen, seitdem sehr, sehr stark erholt. Die Zentralbank hat übrigens auch angekündigt, den Leitzins weiter zu senken, also weiter zu machen. Jetzt könnte man erwarten, naja, wenn eine Notenbank den Zinssatz senkt, dann wäre das nicht gut für die dahinter stehende Währung, also den Rubel. Nein, wir sehen, dass der Rubel weiter aufwertet. Hier invers Dollar zu Rubel, also der Rubel wird stärker zum Dollar. Und unten sehen wir zunächst mal auch das, ein inverser Chart, den Crash des Rubel. Und jetzt ist er höher als vor Beginn der Ukraine-Invasion. Warum ist das jetzt ein kleines Problem, meine Damen und Herren? Nun, zunächst mal, klar, die russische Wirtschaft hat ein Thema mit den Sanktionen. Man betreibt noch Handel mit China, mit Indien so als große Player und mit einigen anderen Ländern auch, die weniger große Player sind. Aber grundsätzlich werden mit einem starken Rubel natürlich Importe billiger. Das heißt, dieser starke Rubel, wenn man den Rubel zahlen kann, der bringt mehr Waren aus dem Ausland rein. Und dementsprechend wird auch in der Regel mehr importiert, während der Export russischer Waren tendenziell teurer wird. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass ja jetzt der Putin diese komische Geschichte gemacht hat mit der Gazprom Bank. Also die Westler, die zahlen weiter in Euro und Dollar auf ein Rubel-Konto. Das wird dann sofort in Rubel umgewandelt durch die russische Zentralbank. Was bedeutet das, wenn der Rubel stark ist? Dass die Russen weniger Rubel dafür bekommen, dass also sozusagen der Verdienst, die Einnahmen Russlands, sinken und nicht steigen in Rubel. Und das ist ein riesiges Thema. Hinzu kommt, dass eben die Exporte teurer werden. Also von Exporten ist jetzt in den Westen ja keine Rede mehr. Aber wie gesagt, nach China, Indien, Iran etc. durchaus schon. Und ein starker Rubel führt auch zu einer sogenannten Faktorpreiserhöhung, wie die Wirtschaftswissenschaftler das nennen. Faktorpreiserhöhung. Du sagst heute Löhne steigen, Kosten steigen. Bums, einfach. Aber nein, Faktorpreiserhöhung. Die inländische Produktion von Faktoren, das heißt von Produktionsgütern, beziehungsweise die Bezahlung von Arbeitskräften, haben wir noch mal eine Erklärung, wird auch teurer. Das heißt, das führte zu einem Wettbewerbsnachteil tendenziell. Und das ist natürlich nicht so schick jetzt für die russische Wirtschaft. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass Russland hat folgende Situation. Allein der Export von Öl und Gas macht etwa 20% des russischen BIPs aus, 40% der Steuereinnahmen und 60% der Exporte. Jetzt nehmen wir mal noch mal ein paar andere Rohstoffe dazu. Nickel oder Aluminium, was verarbeitet wurde. Also diese ganzen Rohstoffe, die Russland ja auch noch hat, inklusive Agrarrohstoffe etc. Dann ist natürlich der Rohstoffanteil an der russischen Wirtschaft überragend. Wenn man jetzt sieht, da ist also jetzt die Situation, dass man mit diesem Rohstoff ein gutes Geld verdienen kann nach wie vor. Aber die ganzen anderen Sektoren unter Druck kommen, dann fließt immer mehr Kapital und immer mehr Menschen in diesen Rohstoffsektor. Sodass diese russische Wirtschaft noch rohstofflastiger wird, noch kopflastiger sozusagen wird und dann vorne hinten überkippt. Also das ist das große Problem, dass hier dieser Stakel-Rubel bedeutet. Erstmal vor allem weniger Einnahmen, weil eben die Euros und die Dollars dann im Vergleich zum Rubel weniger wert sind. Das heißt dann auch bei der Umwandlung eben vor allem weniger Rubel drin sind. Und das ist wirklich eine paradoxe Geschichte, die jetzt hier eintritt. Eigentlich hat man versucht den Rubel zu stabilisieren, muss jetzt relativ schnell reagieren, damit der Rubel nicht zu stark wird und durch die Decke fällt. Und jetzt ist es auch auffällig, die Russen haben gestern ja in Gestalt des Sprechers des Weißen Hauses ja gesagt, also wir haben signifikante Verluste unserer Truppen, aber auffallend ist nach allem, was man weiß. In diesem Krieg ist vieles sicherlich unklar und vieles Propaganda, aber nach allem, was man weiß, holt Russland die toten Soldaten nicht zurück. Wären auch unschöne Bilder, die da natürlich entstehen könnten. Erstens und zweitens hat Putin eben versprochen, na jeder tote, jeder gefallene Soldat, der gibt es umgerechnet 45.000 Dollar für die Familien. Aber wenn die vermisst sind, also offiziell nicht für tot erklärt sind, dann gibt es keine Rubel, auch keine starken Rubel für die russische Bevölkerung. Und auch das dürfte früher oder später den Russen ein bisschen sauer aufstoßen, wenn ihre Söhne, die tot sind, nicht nach Hause kommen. Jetzt hat von der Leyen, ist in Kiew eingetroffen und bisher war ich in den letzten Tagen für die ukrainische Seite etwas optimistischer, was den Krieg betrifft. Aber das ist ein echter Rückschlag, wo von der Leyen ist, ist unmittelbare Gefahr in Verzug. Das könnte also die Kriegsaussichten für die Ukraine deutlich verschlechtern. Allein das Karma dieser Frau müsste sich negativ auswirken. Jedenfalls Podolyak, der russische Verhandler, hat gesagt, ja, wir sprechen weiter online mit den Russen. Allerdings hat Burcha, Burcha, hier die Stimmung komplett verändert, während Russland gesagt hat, diese Spezialoperation, bei der es keine Toten gibt, die man dann wiederum nicht nach Russland wieder zurückbringt, die könnte in absehbarer Zeit vorbei sein. Und ja, langsam wird es Zeit für Putin. Er hat am 9. Mai diese traditionelle Siegesfeier über den Sieg über die Nazis. Und da würde er gerne wieder mal eine schöne Parade machen. Dazu noch mit einem irgendwie gearteten oder auch erklärten Sieg in der Ukraine. Dementsprechend läuft ihm ein bisschen die Zeit davon. Und jetzt gucken wir mal auf westliche Firmen. Hier ein großartiges Beispiel. Shell zum Beispiel. Die haben jetzt gesagt, es gibt ja diese Probleme mit russischem Öl. Viele westlichen Firmen, obwohl wir noch kein offizielles Öl-Embargo jetzt gegen Russland haben, transportieren ja kein Öl, weil die Schiffe nicht mehr versicherbar sind, weil es sanktionsgefährdet wäre, dann denkt man sich, jedenfalls passiert das nicht. Jetzt hat es aber Shell gesagt, also solange da bei der Förderung nur 49,99% Russen beteiligt sind, ist das für uns kein russisches Öl. Wenn jetzt ein Russe zu viel ist, dann musst du den irgendwie ins Bohrloch schmeißen oder schnell beseitigen. Vielleicht kriegt er dann die Familie 45.000 Dollar. Dann hast du die Quote, ist kein russisches Öl. Und eine Familie profitiert, muss man mal drüber nachdenken. Also sehr schlaue Strategie. Und jetzt kommen wir zu Something Completely Different, meine Damen und Herren, zu den Finanzmärkten. Und plötzlich ist all das, was die Wall Street vorher irgendwie geflissentlich ignoriert hat, nämlich, dass die Fed jetzt eigentlich nicht mehr der Unterstützer, sondern der Gegenspieler der Aktienmärkte ist, irgendwie im Bewusstsein der Wall Street angekommen. Jim Bianco, den Sie hier sehen, sagt das schon seit Monaten. Aber ich habe auch versucht, es seit Monaten zu sagen. Allein es wurde nicht geglaubt. Jetzt sieht man bei CNBC, diesem maßgeblichen US-Finanzcenter, hier eine Runde, die dann auf Jim Bianco reagiert und sagen, ja genau, er bringt es auf den Punkt. Die Fed ist jetzt der Gegenspieler. Alleine diese Aktion mit den Mortgage-Back-Securities, die ist ein klares Zeichen, dass vor allem ein Markt ein Problem bekommt, nämlich der US-Hausmarkt. Und jetzt die Bank of America plötzlich mit einer etwas unschönen Einschätzung. Man sieht einen Inflationsschock sich weiter verschlechtern, einen Zinsschock, der gerade erst beginne und ein Rezessionsschock werde kommen. Echt jetzt? Also wie die da drauf kommen, dementsprechend dürften die Einkaufsmanager in die CSISM bald unter 50 fallen, das Wachstum unter 50 fallen und vor allem Cash, Volatilität, Rohstoffe und Kryptoanleihen und vor allem auch Aktien outperformen, weswegen die Bank of America davon ausgeht, dass wir beim S&P 500 unter die 4.000er Marke fallen werden. Das wäre immer noch ein kleiner Schnaps über 10%. Und vor allem die Bank of America hat auch ein Feedback von ihren Kunden, die sagen, Bill Dudley in everyone's mind right now. Bill Dudley, ehemaliger New Yorker Fed-Chef, hat ja klar gesagt, die Fed will die Aktienkurse runterbringen, um die Financial Conditions zu straffen. Viele haben da mit der Schulter gezuckt und lost den Rinn. Aber jetzt sagen viele, es wird wohl keine Sitzung der Fed mehr geben, ohne 50 Basispunkte Anhebung und Quantitative Tightening. Und jetzt ist nur die Frage Rezession oder Stagflation. Rezession ist jetzt Konsensus. Also wir sehen, da dreht man jetzt so ein bisschen am Rad, auch seitens der Kunden von Bank of America. Und das sind ja die richtigen Dickfische, die ganz großen Player, die es plötzlich mit der Angst zu tun bekommen haben. Und jetzt sehen wir hier mal, das hatte ich schon heute Morgen gezeigt, hier das Vermögen der Amerikaner massiv nach oben gegangen, dadurch die Nachfrage massiv nach oben gegangen, die Finanzindustrie performt die Realwirtschaft massiv aus, vor allem der Haussektor, Immobiliensektor massiv gestiegen. Die Preise haben sich fast verdoppelt seit dem Hoch aus dem Jahr 2006, nicht ganz verdoppelt, ich sage mal 70% oder was. Durchschnittshaus in den USA Anfang oder im Jahr 2006 knapp über 300.000, jetzt sind wir knapp unter 500.000 Dollar für ein Durchschnittshaus in den USA selber Größe. Und wir sehen jetzt Bad Time to Buy a House, eine Umfrage von Fannie Mae, die zeigt, es gab noch nie so viele Menschen, die sagen, es ist jetzt eine schlechte Zeit hier zu kaufen. Homebuyer pessimisten at bleak record on sky high prices, spiking mortgage rates, die Hypothekenzinsen gehen nach oben und, und, und. Und das ist die Achillesferse, die die Märkte wohl unter Druck bringen wird. Wird es Bitcoin unter Druck bringen? Ja, eigentlich nicht, sagt Peter Thiel, der sagt ja nur wegen dem bösen Buffett, gell. Und wer ist noch der Buffett, hat er gesagt, der Jamie Dimon von JP Morgan und der Lerifin von BlackRock, gell. Die sind schuld, dass der Bitcoin noch nicht auf 100.000 gestiegen ist. Okay, ich glaube, es ist eher die FED und die Grenzen des Wahnsinns. Auch der Wahnsinn hat Grenzen, dass Bitcoin noch nicht bei 100.000 ist. Aber sei es drum, bei 100.000 sind auch noch nicht die Lebensmittelpreise global gesehen. Die UN hat heute gewarnt, dass alleine im März diese globalen Lebensmittelpreise um 13% gestiegen sind, vor allem im Vergleich zum Vorjahresmonat um 34%. Und was macht die EZB, die schläft der PC Weide. Jetzt hat Sturnadas, der griechische Notenbankchef, gesagt, also er sieht eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit für eine Rezession oder gar eine Stagflation. Und ein paar Sekunden später hat dann die italienische Zentralbank gesagt, wir dürften wohl in diesem Jahr geschrumpft sein. Da hat Sturnadas vielleicht nicht die Wahrheit gesagt, wieso der eine oder andere bei der EZB nicht die Wahrheit gesagt hat in letzter Zeit. Ich habe deswegen einen Artikel geschrieben, Sie haben ihn vielleicht schon gelesen, schafft die EZB ab über die Brandbeschleuniger der Inflation. Und jetzt gibt es noch drei Hinweise, meine Damen und Herren, dringendste Empfehlungen. Ein Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller treibt die Wirtschaft in die Rezession und die Wall Street in den Bärenmarkt, wo dieses gesamte Surrounding an den Märkten mal ins Auge gefasst wird. Dann geht es auch ohne russisches Gas in diesem Jahr. Ja, Experten sagen, ja, hier die Begründung. Auch diesen Artikel will ich Ihnen verlinken. Und der ist auch deshalb interessant, weil diese Experten vom DIW stammen. Wer ist der Chef des DIW? Marcello Fratscherino. Also wenn die sagen, wir schaffen das ohne Gas, dann wäre ich sehr vorsichtig. Genauso wie bei den Inflationsprognosen von Herrn Fratscher und dem DIW. Und abschließend dann noch ein Artikel von mir über Heiner Flassbeck. Was bedeutet es, wenn man sich fremdschämen muss für einen Ökonomen, der wirklich sagt, wir haben gar keine Inflation. Das ist Preisaftrieb, keine Inflation. Nein, großartig. Also dieser Mann hat den Nobelpreis für Hirnfreiheit verdient. Wenn Ideologie das Hirn vernebelt, habe ich das Ganze als Untertitel noch genannt. Und auch das bitte ich anzuschauen. Am Wochenende haben Sie ja jede Menge Zeit. Wir sehen uns hoffentlich am Montag wieder. Ich sage jetzt mal Unterverweis auf diese drei Artikel unter dem Video. Servus und ciao.